Ich war noch nie im schottischen Hochland. Es ist sehr romantisch. Sind Sie romantisch? Er ist ein wunderbarer Mann. Aber er ist ein Wrack. Ich will wissen, was Eric zugefressen hat. Hier ist die BBC. Die alliierten Truppen in Singapur haben sich den Japanern ergeben. Als wir uns ergeben hatten, hatten die Japsi gesagt, wir wären keine Männer. Echte Männer würden vor Scham sterben. Du hast keine Ehre. Ihr seid hier, um uns zu helfen. Eine Eisenbahn zu bauen. Wenn ihr gut helft, habt ihr guten Krieg. Aber wir haben Nein gesagt. Wir leben für die Rache. Er lebt noch. Er lebt. Ich weiß, wo er ist. Das hast du also vor, nicht? Tut mir leid. Das Museum ist geschlossen. Ich bin überrascht, dass Sie nicht erkennen, wer ich bin. Lomax. Ich hatte nicht erwartet, dass Sie noch am Leben sind. Viele Männer haben etwas durchgemacht, das Sie sich nicht vorstellen können. Werden Sie zu ihm stehen, egal was er tut? Ich muss es versuchen. Irgendwann muss der Hass ein Ende haben. Ich bin überrascht, dass Sie noch am Leben sind. Ich bin überrascht, dass Sie noch am Leben sind. Ich bin überrascht, dass Sie noch am Leben sind. Ich bin überrascht, dass Sie noch am Leben sind. Ich bin überrascht, dass Sie noch am Leben sind. Ich bin überrascht, dass Sie noch am Leben sind. Ich bin überrascht, dass Sie noch am Leben sind. Vielen Dank.